Zwei Brautpaare im Straflager Der Bericht von der Doppelhochzeit wäre nicht vollständig, wenn wir euch, unsere lieben Hörer, in der Traurigkeit über Onkel Pavels Abwesenheit ließen. Denn es gab noch eine wunderbare Fortsetzung. Die beiden Hochzeitspaare beschlossen, ihren Vater, Pavel Ritkow, im Straflager zu besuchen, um seinen Segen für ihre Eheschließung zu empfangen. Eigentlich war ein Besuch im Straflager nur einmal im Jahr möglich und der Zeitpunkt dafür war noch gar nicht gekommen. Dennoch wurde dieses Anliegen im Gebet dem anbefohlen, der das Unmögliche möglich machen konnte. Von jenem Besuch erzählte Galina Ritkowa, die Mutter von Natascha und Wladimir, folgendes. Am Dienstag nach der Hochzeit fuhren wir zum Straflager. Es lag nicht weit von Voroshilovgrad. Insgesamt waren wir 13 Personen. Am Lagereingang befanden sich mehrere Frauen, die im Lager arbeiteten. Als sie uns sahen, begannen sie sofort aufgeregt miteinander zu reden. Ich fragte sie, was ist denn los? Sie sagten mitleidig, ach, wohin wollen diese armen Kinder gehen? Ich erwiderte, wieso arm? Es sind meine Kinder. Hier im Straflager befindet sich ihr Vater, und sie wollen den väterlichen Segen von ihm haben. Sie verwunderten sich sehr. Ach so, so etwas gibt es bei uns nicht. Wir dachten, dass sich die Bräutigamme im Straflager befinden und ihre Freunde die Bräute zur standesamtlichen Trauung hierher begleiten. Deshalb haben wir uns so aufgeregt, denn was kann aus solchen Ehen Gutes werden? Ich erklärte ihnen, dass wir Christen seien und die Kinder gern möchten, dass ihr Vater über ihnen bete. Die Frauen erwiderten, bei uns gibt es das nicht, dass die Kinder in Hochzeitskleidung zum Vater ins Straflager kommen. Ich ging mit den vier jungen Leuten zum Lagerleiter. Als er uns sah, wurde er sehr verlegen. Ich stellte mich vor. Ich bin Galina Ritkova. Die sind meine Kinder. Ein Sohn und eine Tochter. Sie haben beide am gleichen Tag Hochzeit gefeiert und möchten nun gerne ihren Vater sehen. Nach einigem Hin und Her rief der Lagerleiter endlich den Leiter der politischen Abteilung. Als er kam, konnte der Lagerleiter nicht sprechen. Er schaute nur staunend auf die Bräute und dann auf den politischen Leiter. Ich wandte mich an den Lagerchef. Erlauben Sie mir, ihm alles zu erklären. Er nickte mit dem Kopf und so wiederholte ich den Grund unseres Erscheinens. Der politische Leiter sagte, Ich bin nicht dagegen. Nein, ich bin nicht dagegen. Gut, sagte der Lagerchef. Wir geben Ihnen 20 Minuten. Ich schrieb schnell alle Angaben zu den 13 Personen auf ein Formular und dann führte man uns alle in die Besuchsbaracke. Inzwischen hatte jemand Pavel benachrichtigt. Als er kam, war er zuerst überrascht und schaute die beiden Paare die ganze Zeit an. Wladimir bat, Papa, wir möchten, dass du uns segnest. Sie knieten nieder, zuerst beteten die Jungen, dann betete Pavel über jedem Paar. Die Lagerleitung stand im Korridor und beobachtete die Handlung. Pavel gab den jungen Leuten noch ein kurzes Geleitwort. Danach baten wir die wachhabende Frau, Dürfen wir ein Lied singen? Sie erlaubte es. Und wir sangen das Lied. Allmählich lehrt sich das Haus der Christen, Erwachsene Kinder verlassen's bald. Doch scheint's der Mutter, Es war erst gestern, Als sie umringt die große Schar. Oft saß sie betend an ihrer Wiege Und segnete ihren süßen Traum. Sie nähte, Wusch oft für ihre Lieben, Ohnmurren bis zu dem Morgengrauen. Die Zeit enteilte, Es gab viel Sorgen. In stillen Nächten sah sie dann oft Erwachsene Kinder, Die nun mit Freuden Die Arbeit teilten In Haus und Hof. Doch eins im Herzen sie heiß ersehnte, Darum sie betete Tag und Nacht, Dass ihre Kinder Gott nicht ablehnten Und lernten Hoffen und Glauben stark. Allmählich lehrt sich das Haus des Christen, Die Töchter Söhne verlassen ist, Die Mutter wünscht ihnen Glück und Frieden Und bittet, dass man sie nicht vergisst. Es wird ganz still sein und ungewöhnlich, Wo einstens spielte die große Schar, Doch weiter betet sie unaufhörlich Für ihre Kinder und Enkel Schar. Danach fragte ich die Frau, Dürfen wir noch ein Lied singen? Sie erlaubte es, Und so sangen wir noch einige Lieder. Mehrere Häftlinge, Die ebenfalls Besuch hatten, Standen mit ihren Angehörigen Im Korridor und hörten aufmerksam zu. Nach einem Lied Sagte die Wachhabende, Aus dem Flur kommt die Bitte, Noch einmal das Lied Das Haus wird leer zu singen. Wir verstanden, Welches Lied sie meinte Und sangen es noch einmal. Nach weiteren Liedern Kam erneut die Bitte, Wiederholt das Lied, Allmählich lehrt sich. Aus den 20 Minuten Wurde eine Stunde Und wir sangen nicht weniger Als zehn Lieder. Dann mussten wir uns verabschieden. Wir baten um Erlaubnis, Pavel Lebensmittel und Blumen zu übergeben Und es wurde uns gewährt. Pavel betete noch mit uns Und dann gingen wir. Wie froh waren wir Über ein solches Treffen mit dem Vater. Wir danken Gott Von ganzem Herzen. Später sagte Pavel, Der Besuch hat mich sehr ermutigt Und welch ein Zeugnis war es Für das ganze Lager. Überall wurde erzählt, Dass meine Kinder gekommen waren Und ich über ihnen gebetet habe. Die Menschen waren sehr verwundert darüber Und es ergaben sich immer wieder Sehr gute Gespräche über Gott. Liebe Kinder, Könnt ihr euch vorstellen, Bei einer zweimonatigen Kinderfreizeit Im tiefen Wald dabei zu sein? Das muss sicherlich interessant und spannend sein, In Zelten zu übernachten Und zusammen mit vielen anderen Kindern Und einigen Erwachsenen täglich etwas zu erleben. Aber wertvoll sind solche Unternehmungen vor allem dann, Wenn man dort viel von Jesus und aus der Bibel lernen kann, Zusammen beten, singen und musizieren darf. Dieser Meinung waren auch die Teilnehmer der Waldkirche, Eines geheimen Kinderfreizeitlagers, Das im Sommer 1977 In der damaligen Sowjetunion Durch Gottes wunderbare Gnade stattfinden durfte. Wir haben euch erzählt, Wer die Teilnehmer waren, Warum die Freizeit geheim durchgeführt wurde Und welche Abenteuer, Schwierigkeiten und Gefahren damit verbunden waren. Mögen diese wahren Begebenheiten Euch Mut machen, In jeder Lage Dem Herrn zu vertrauen Und ihm treu nachzufolgen. Es lohnt sich, Jesu Eigentum zu sein.